Hallo, mein Name ist Andreas Fritz und willkommen zurück bei Prison Architekt. Ich schaue gerade, was ich hier alles so machen kann. Wir haben hier noch Kuppentherapie für Arteholiker im Gemeinschaftsraum, Schülersitze wiederholbar und geistige Führung, Fidens-Therapie. Schauen wir mal, das ist der Psychologie. Ah, das ist der da. Dann sagen wir doch mal... Allgemein und das. So, gehen wir wieder zurück. Programme. Tischlerlehrer, kein Lehrer. Ach so, jetzt halten wir das wieder an. Oh, jetzt kriegen die auch alle Taser hier. Angeleitet von Vorarbeit. Haben wir so einen überhaupt? Machen wir schnell mal noch einen ein. War er jetzt mal zum Beispiel eingestellt. Hä, ich hab doch einen. Hm. Nö. Kreistige Führung, Alkoholiker. Ach so. Ah, das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Im Gemeinschaftsraum geht das eigentlich? Yay. Start. Okay, ja. Anhalten. So. Dann... Gibt's doch bestimmt gleich was zu essen. Man, wo ist immer? Wir sind da. Cool. Cool. Ah, können wir hier noch ein bisschen. So. Ups, da nicht. So, nehmen wir noch ein paar Lampen mit. Und zwar hier hin. Und bei Kameras. Einmal das. Und einmal das. Und einmal haben wir hier. Oder mal die hier. Wie viele haben wir denn da schon? Da haben wir schon einige. Tür, Abwandlage, Tür. Oh, hat der jetzt einen Taser? Yeah, der trägt einen Taser. Uh, jetzt würde ich gerne mal alle weg tasern. Kann ja so wie provozieren. Hm. Glaube nicht. Schade. Auch noch ein paar Küche. Jetzt 20 rein. So, dann... Könnten wir eigentlich... Hier... Jetzt... zum Ding noch bauen. Jetzt war das da. So, dann können wir nämlich mit dem dann... die Kamera, die Kamera... und die hier unten noch überwachen. Bum, bum. Ich glaube, das muss hier größer werden. Yay. So, dann verbinden wir das mit... dem... mit dem... der... und... der... ...2... Ach, fuck, den habe ich auch noch. Hm, na gut. Egal. so... Dann bauen wir mal noch hier so ein... Zellending hin. Können wir das gleich so machen? Nee, ich muss... das hier... ungefähr hier so hin. Ne, äh... 10 mal 10. Ah, also planen wir das wieder? Ah, das ist... das ist... eh... eh... 23... 23... reicht das? Nö. Dann, das ist... 14... mal 10... gehen. Uh, das reicht. Machen wir das doch einfach mal... so hier. noch ein bisschen mit dem... zu-tö-tö-tö-tö... Tü-tö-tö... ...so... zack! New, dann... Material... Die Mauer, das geht dann einfach mal hier weiter, so, zack, dann einmal so, wie sind eigentlich da die Raumqualität? Ziemlich gut. So, und dann können wir das auch für die eher netteren machen. Einsatzplaner. Yay. Gut, dann Quick Builder. Kostet 6.200. Yay. So, Material. Das geht hier hin. Das geht dahin. Dann versorgen wir das alles noch mit Stromkabeln. Dann geht bis hier. Wasserrohr. Auch gleich bis hier. Dann das. So. Äh, hier ungefähr. Heißes Wasser war da. Dort und dort. So. Ich hoffe, ob das reicht. Oh, hier blinkt was. Hm, naja. Geht eigentlich. Ah, weil die alle Taser kriegen. Panner. Wegen euch habe ich kein Geld. Das ist es. Das ist es. Ich habe das. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Hot, irgendwas, schnell, ehemaliger Gefängnisswächter, kann ich den rekrutieren? Tschü tschü tschü, nö, ehemaliger Gefängnisshüter, warte mal, da war irgendwo dieser Buton, oh, Spitzel, ach, der wird wahrscheinlich auch sterben, der ist hot, wieso ist noch der da? Hm, das ist mal wieder zu, so, das passt so, was haben wir hier, Krankenstation, Leichenhalle, Werkstatt, Laden, Postraum, Kapelle für alle. So, oh, hier wird gleich bestimmt der Strom aus, äh, und ich hab kein Geld, Mist. Äh, Bedürfnisse, Schlaf brauchen sie, und kacken müssen sie alle, haben die jetzt nicht alle langsam mal einen Taser, ist so schnervig, was ist hier? Hä, wie seien wir es noch acht Stück dazu gekriegt? Versteh ich nicht, zu wenig Kapital. Äh. Oh, das sind Betetypen. Ah, du betet. Betet, meine Freunde, betet. Ich brauche hier mehr Köche und mehr Herde. Belohnung, yay, jetzt, so, dann, einmal das, einmal das, einmal das, dünn, mal das Ding, verbinden, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, so, Blech. Oh, da kommt das gar nicht mehr bis dahin, das, das heiße Wasser. Oh, das kommt gar nicht mehr bis dahin. Dann, äh, bauen wir hier noch einen Boiler hin. Ah, wieso nicht? Hä? Ah, da ist ein Baum. Abreißen. Aber da müssen wir das mal kurz ändern. Oh, wie teils sind. Transformator, 5000. Uh, wie viel hat der noch? Ach, der hat noch ein bisschen. Hm, wäre trotzdem cool, wenn wir den hier hinstellen und dann für das hier benutzen, weil das frisst bestimmt noch auf dem Strom, die Kacke. Und nicht, dass das uns jetzt alles zerbröselt, das wollen wir ja nicht. Deswegen machen wir das jetzt mal ein bisschen anders. Oh, da sind ganz schön viele drinne. Alter, sind die da alle? In dem Ding? Können die da nicht da hochgehen? Hm. Hm. Hm, na gut. Die werden schon wissen, warum. So, machen wir hier noch ein paar hin. So, machen wir hier noch ein paar hin. So, jetzt haben wir das Ding da gebaut. Nehmen wir noch ein paar von denen hier mit. Eins, zwei, drei. Und dann leiten wir das mal hier hoch. So. Uh, jetzt wurde einer gestötet. Uh, war das der Häftling? Spitzel, genau. Uh, Spitzel und Gefängniswächter. Ja, der war wohl nicht schnell hier noch. So. Yay. Da war wieder ein bisschen Geld. Bautes Rohr. So. Dann lassen wir das mal ab. So. Dann können wir eigentlich das ganze Ding hier abreißen. Und dann, daran. Yay. Das da auch. Hier kommt. Macht's dran. Okay. So. So. Dann brauchen wir noch ein paar Herde. Warte mal, brauchen wir's. Da. So. Dann versorgen wir das mit Strom. Jetzt haben die das. Dann brauchen die wahrscheinlich ein bisschen davon wieder. hier. So. Und jetzt können wir auch das Ding bauen. So. Dann machen wir das kurz hier dran. Das so. Und so. Was ist denn hier mit den ganzen Drogensüchtigen? nicht durchfusslos. Was war der oder das? Oh, der überhitzt. Ja. Da noch. Cool. So. Der ist angeschlossen. Der Wasserbeuler. Das müsste gleich weggehen. Stimmt. Hier sind plus acht drin. Das sind. Oder? Warte mal. Stopp. Objekt. Bunkerbett. Ja. 2, 4, 6, 8. Uh. Jetzt sind die da alle da drin. Oh. Oh. Verstehe ich nicht. Okay. Ah. Seltsam. Na gut. Äh. Dann hier noch. So. 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 Da brauchen wir noch einen. Dann gehen wir nochmal auf 40.000. Hm. Hm, hm, hm. Ah, hier muss ich noch so ein Ding bauen. Das reicht noch nicht. Das kostet mich wieviel? 6.300. Ja, noch ein bisschen mehr. Dann machen wir erstmal das wieder. So, da, 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 da. Die nächste Zelle ist fertig. Dann, Kontrollsystem, verbinden wir das noch und das noch. Dann brauchen wir noch so ein Abhörding ein. Abhöranlage, so. Stuhl. Dann, ja. War's das wieder für heute. Dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Über Daumen und Kommentare würde ich mich freuen. Ansonsten sehen wir uns ja dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020